ist jetzt voll schwer mit zackgastroh wir können aber nicht rein und damit herzlich willkommen zu einer neune episode karten sammeln start ja wir haben noch hier version 105 die wir noch mal spielen hoffentlich mit wenig maus bugs und wir haben uns zum ziel gesetzt dieses komische haarknoll ding spoms sap ding zu finden hat fleisch ja ich habe mal das über 0 6 6 nein werden in trance man kann aber das ja kommen schossen normalen jetzt ist doch wurscht bla 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 d9341 ok du musst warten bis die tür auf geht ich weiß ok posbill hihihi er ist der kleine boden ja das ist einfach nur die nicht die mod wahrscheinlich wo man nur die die beine sieht hihihi nicht die modell hihihi das ist noch ein bisschen anders für dich aus wie laufen jaaa so wie geht's weil die halt beim auftreten und sich trotzdem weiter bewegen schau die rutschen dann ich schaffe ihn wir machen moonwalk moonwalk rückwärts stimmt hihihi anybody der die schaut voll cool aus die halle wo es bisher da drin gar nichts ne vor allem ist das ding hier nicht mit den bürgen verband haha ja toll uah die füllen das dann mit wasser und dann springen die von oben hoch das ist voll geil ja also wir haben schon wieder hier ein paar maus bugs glaube ich meinste ja aber wir haben noch kein frapp soll ja das war auch nur klein und so das war richtig das war als provoziert also als hat provoziert das hab ich selber gemacht und was war in der mod noch mit dem Gesicht von denen der eine hat einen Hitlerbart gehabt oder? echt? irgendwie so ha ha ja bei denen war hinten auf jeden Fall dieses äh hat einer von denen geschrieben ja stimmt da haben wir nicht drauf geachtet anschein ja ich hab zu gedacht war dass Merkel Hitler spielt jetzt so ungefähr zu ich würde deswegen das Merkel fehlt wahrscheinlich als Titel für für das Titel oder? Merkel töte Hitler oder so jetzt müssen wir uns auch sagen dass wir das Gesicht von denen anschauen sollen ja naja du bist doch gerade aufgetaucht du hast doch aufgetaucht Junge du hast doch geportet Junge oder? du hast doch geportet Junge oder? du hast sich geportet Junge du lockt mich hier du lockt mich hier dein Schlafanzug an ich muss focus verschwinden du das ich speichern mal oh ja nur an dieser Stelle hier so ähm gehen wir da lang also wir denken unser Ziel unser einziges Ziel ist es dieses neue SCP zu finden wirklich ja da müssen wir ja unwichtige Dinge einfach auslassen was ihr halt beben ne die Cafeteria ist ja trotzdem hier erst schon die Ding-Zone ja ja das ist ganz schön weit aber ja 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 das ist ähnlich von beides hat eher so'n Nachklang wir interessieren ob einer unserer Zuschauer noch Gameboy gespielt hat also nicht DS oder so sondern Classic Gameboy also ich hab auch den ganz alten Gameboy hatte ich auch nicht der erste Mal ich hatte war der Color Color Fack ja hallo ich bin ja auch nur zu uralt wie du ich hatte halt den weißen und danach nochmal den durchsichtigen Gameboy Classic auf dem habe ich noch Pokémon gespielt die rote Edition ja das ging mit dem das ist runtergehen Color ähm guck mal was da weitergeht denn ganz am Anfang hab ich auch noch nichts nach links zu tun ja bis jetzt läufts gut weil wir haben ja zumindest die Karte die wir benötigen ok das wissen wir auch gut ist halt ich möchte etwas gucken oh alter geiler shit jungen geiler shit jungen ich dachte der verschwindet immer aber der bleibt schon mal wie cool aber der ist noch nicht scary und der soll noch Kita sein ne ja was macht der der kann sich selbst replizieren oder so ja Dinge aus verschiedenen Materialien irgendwie ja aus den Ohren ne der stand glaube ich in einem so einem Addendum ja dass ich aus menschlichen Ohren oh ja wie so also von Blinzeln verschwindet er scheinbar nicht aber wenn man sich wegdreht das ist meine kleine Mauspack wo gehts jetzt lang wo gehts jetzt lang hehehe an den Tierringfüllern das fand ich jetzt cool mit dem Bär ja ja vor die Alien Sichtung äh SCP Sichtung meine ich sorry aha ok ist er wieder drin bin ich jetzt im Kreis gelaufen oder so ja nein da war vorhin Blutflecken echt ja kann sein nochmal ja hm aber da war man nicht ok ganz schön verzwickt schon wieder kann man nichts machen nein das ist der Fatsche da kommen wir nicht rein ich glaube echt dass wir wieder an den Anfang müssen den wir jetzt auf keinen Fall finden hehehe oh ok ah so gehts auch gut aber nein vorhin brauchen wir trotzdem ohne welches wir nicht in die nächste Zone eindringen können du hast eindringen gesagt halt mit der Absicht so läuft noch gut läuft noch gut wo ist wo da ist er drin vor der Tür ein Arsch das ist scheiße willst du ihn rauslocken ja ich glaube das ist die einzige Möglichkeit dann tu dies tu dies oder das aber welche Tür ist das dann? die entfernte? ja ok 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 ja let's do it muss schon drin sein alles kann man auch hinterher ob er jetzt im Gang steht ne aber es hat gescheppert oh meinst du er ist jetzt meinst du er ist jetzt in dem anderen Ort? er hat seinen inneren Schauer gespürt ähm ja ich glaube schauen wir es hat gescheppert ne er ist jetzt nicht mehr da drin hoffen wir es nicht dass wir im toten Winkel haben oder das er ist jetzt drin er ist jetzt drin geil oh oh da darfst du nicht draufschauen I know das ist so schön das ist wunderschön das ist da was ja kein Grund zur Panik gut na also komm jetzt ist aber düster geworden du ist es der jetzt der Endless Room? ja ja und ich weiß nicht und Kulten auch keine Ahnung das ist auf jeden Fall Paranormale die menschliche Geiste begreifen wir haben noch nicht gesehen wie dieser Korps der Schwingung ja du willst jetzt sehen wieso das mal durch oder? das haben wir mal gesagt wir machen das mal mit Noclip oder so Ja, dann würde ich jetzt mal aufhören. Ja? Ja. Warum? Weil es langweilig ist. Ganz ernsthaft. Dann machen wir echt mal ein extra Video so. Oh, das läuft richtig gut heute, Mann. Praktisch. Willst du mal Seifen? Echt nicht? Das würde es ein bisschen einfach machen. Yes. Wir wollen doch das SCP endlich mal sehen. Ist ja voll lächerlich, dass wir das noch nicht haben. Wir haben es noch nicht im Pokédex. Willst du es auch mal sehen? Ist ja gut. Alter. Like both. Das dauert doch echt gut. Die perfekte Episode. Alter, das ist neu, Leute. New Sounds. Das ging so richtig so. Klack, 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 klack. Ja, Zahnräder. Schau mal. Aber die Zahnräder sind immer noch 2D. Ja, aber trotzdem. Der fällt mir. Ey, guck mal. Also, guck mal. Den Scheiß. Es läuft. Äh, was machen wir mit dem Mediket? Lassen. Lassen wir so? Das ist keine Stranger-Strends-Bottle. Safe, komm. Safe. Okay, komm. Nur, nur, was so gut läuft. Das ist der Hammer. Freu' ich mich ja richtig. Ja, man, schau' ich mich wieder drüber. So, hat's geschaut. Ja, komm. Zeig's mir nach. Als was ich gar nicht hab, der da drin ist. Das ist blöd. Aber er ist nicht drin, wir sind ja noch nicht durchgelaufen. Oder? Bist du jetzt zurück, ne? Ging ja durch. Es läuft. Junge. Oh, jetzt spielt der Mund drauf. Alle. Er spinnt. Geklirrt hat's schon. Gescheppert. Okay, ich hab jetzt keinen blassen Schimmer. Da ist immer noch nicht lang gegangen, ne? Nee, da bist du. Da ist er. Da ist es denn. Hallo. Der Arsch. Kein Ausback, kein Ausback. Geil. Wärts echt bitter. Wo? Wo? Ach, hör auf. Aufzug. Ach so. Kurz, kurz gepenigt. Aber da, da kam der auch mal, ne? SCP. In den Aufzug. Noch einen. Oder? Haben wir das dann nur? Ach komm. Aber was war das? Du willst jetzt warten, dass das aufgeht, oder? Nein. Besser nicht. Schnell weg. Jetzt wirst du, wenn dann der Bär drin steht, dieser... ist schon. Spukt komische Ambient Moises. Und da geht es dann, glaube ich, in die nächste Zone weiter, ne? Das ist richtig interpretiert hier. Das ist verletzt. Oh, da aber auch. Geil, der ist jetzt immer da. Winkel, winkel. Hallo. Oh nein. Jetzt. Du musst dir 180 Grad Drehung machen, dass er verschwindet. Ja, dann müssen wir doch schnell in die nächste Zone. Ach so. Warte mal. Da geht es weiter und eins weiter rechts, glaube ich, auch. Ja, das ist ja egal. Guck mal, der Navigator, der spinnt jetzt auch nicht mehr. Sonst hat es immer ewig ge-framedropped, wenn du den Navigator anhattest und gelaufen bist. Ge-framedropped. Jetzt geht es, glaube ich. Ab sofort im Duden. Was, da geht es nicht weiter? Tja, siehste. Ach so, ein, zwei, drei. Ja. Wie viel? Ja, wie viel? Wie sitzt du da vorne, wenn du die Zone? Ja, weil ich da ansehen will. Ah ja. Jetzt noch mal den Bär sehen, ne? Oh. Scheiße, gehen wir noch wieder zurück. Also gut. Oh, der Zone ist scheiße. Der ist aber schon alt. Echt? Ja, das ist mal ein bisschen lauter. Ja. So intensiv habe ich dir nicht in Erinnerung. Geil. Na, boh mal einen, oder? Ballistik-West, naja. Nur wenn du es nur holen willst. Du gehst eigentlich schon. Dann. Wir waren ja nicht mehr da unten. Stimmt, vielleicht ist das was neu. Neu, neu, neu. Und die Aufzüge funktioniert auch. Exzellent. Stimmt. Außer wenn jetzt 106 kommen würde. Mach mir da was? Nö. Da haben wir noch nicht mal das Ende gesehen. Bei GTA soll sich auch was verändern, ne? Ja. Oder müssen wir mal durch. Ich sollte sich auch was ändern, wenn wir 106 containen, weil dann kann der ja da eigentlich nicht auftauchen, ne? Achso, beim GTA-Innen. Okay. Okay, maintainen. Scheiße, das ist zu kompliziert, ne? Seh ich halt vorher. Ja. Ich musste den F5-Button noch nicht spammen, zum Saving. Oh, perfekt. Beim First-Fahrer, das hat ja auch funktioniert. Ey. Heute geht's. Alter. Okay, das war kein schlimmer Tag. Ja, abfall. Gut. Ja, das macht mir da nichts. Erinnern, ne? Einfach so weg? Ja. Ach, scheiße. Oh, fuck. Ey, echt jetzt? Nein, lauf. Jetzt hat er dich. Groß. Na toll. Meinst du, ich komme vorbei? Versuch's. Ich glaube, auf keinen Fall. Nein. Ich schaß nicht. Ich will so laden, weil ich auch keinen Bock auf die Pocket habe. Komm halt mal. Stimmt, die soll jetzt leichter sein, ne? Alter, das mal angucken. Boah, stimmt. Okay. So, wo gehen wir lang? Dadurch, dass ich einmal verkackt habe, wissen wir jetzt, dass Save und Quit nicht geht, aber Quick Save dafür auf jeden Fall funktioniert. Das heißt, wenn wir jetzt da nicht weiterkommen, können wir immer noch laden. Ja, guck, da ist sogar denode. Ne, die sind schmaler, die Gänge, oder? Kommt mir nur so vor. Kommt mir nur so vor. Hätte ich jetzt gesagt. Sind die Gänge schmaler? Ah, das ist wieder dieses Adventure. Das Adventure. Spaß. Ja, huu. Ja, huu. Oh, shit. Bin ich jetzt tot? Don't. Ja, load game, Junge. Load game, du bist. Nein, heute so gut gelaufen. Es läuft. Es läuft, wir sind wieder da. So, okay. Okay. Ja, wir fangen runter. Ja, wir fangen runter. Wenn jetzt wird der Tauch wieder genau zum selben Moment aufgehoben. In dem Moment, wir über die Schwelle laufen. Oder? Oder? Ja, ha, 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 ha. Ne Ahnung, lauf am besten so lang geradeaus wie es geht. Das müssen wir erst sagen. Du musst halt Abstand aufbauen. Sackgasse. I'm a bag, gas. Da musst du jetzt rechts. Da sind die Sackgasse. Das ist jetzt voll schwer, ne? Mit Sackgasse. Alter. Wir können aber nicht rein. WOOOOO! Ein Sparco kommt auf die Fahne. Ja, toll. Jetzt sind wir tot. Äh, mein Gott. Äh, Memory Accessibility. Halt wieder, sind wir tot. Ja. Warum sind wir tot? Ja, der, das ist doch hier auch so ein bisschen rare. Das passiert doch manchmal. Wenn du in Pocket Dimension kommst und gerade da hast, wo die Transition ist, dann hast du nochmal so ein Pffff. Ach so. Gib dir dann nochmal eine mit und dann hab ich ausgegonkt. Aus dem Leben gekickt. Ja. Ja, stand, steht es nicht immer, alle Paschistan in Chen Chok, irgendwie, dass er was an den Quicksave-Dingern hier fixt und so? Dann funktioniert von Mal zu Mal schlechter. Ja, irgendwie schon. Richtig speichern kann man jetzt gar nicht mehr, ne? Nur noch per Quick-Safe. Irgendwo ich es einmal gemacht habe, da war es dann weg. Ja, kann sein. Also, gut. Wie ist mein Weg noch? Ich glaube schon. Wollen wir dann nochmal runter? Ach so, ich war. Ich wäre schon rausgerannt und dachte, wir wären schon mal voll. Wie wollen wir nochmal? Ja, dann geh halt runter. Ich bin bestimmt noch anders weiter, aber. Bitte jetzt keine Sackgasse, Sack. Keine Bag-Gas. Was jetzt zu schaben und grinden anfängt, dann? Ja, da ist der Ding. Da kann man raus, Junge. Wo hast du genug Platz? Für die Pille habe ich ja auch Platz. So, die Frage ist, wo kommt er? Oh, den Boden. Ja, war das nicht da in der Nähe? Langsam, langsam, langsam. Da kommt ja irgendein Scheiß. Oh, schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück. Da kommt ja irgendwann dann aus der Wand. Was, wo? Wo ist er? Au, hinter mir. Nein, ist er gerade? Ja, da ist er. Ja, wo hin? Links. Vorbei, Scheiße. Jetzt musst du da zurück. Hoffentlich kürzt er nicht ab. Kreis. Oh, bitte. Fuck, shit. Ist er weg? Ja. Ich glaube schon. Und jetzt? Wo geht sie hoch? Hoffentlich kommt der andere nicht. Ja. Aber du musst ja schon irgendwo am Rand sein, oder? Vergessen. Äh, ja. Wäre nur logisch. Dann würde ich das mal jetzt den anderen hier nehmen, ne? Aber du musst die Tür offen sein, wir haben nicht zugemacht, oder? Das ist ein anderer, oder? Die Tür bleibt offen. Du wirst dir nicht zugemacht haben, oder? Aufzuschracken. Wird nicht. Aber jetzt. Aber jetzt. Aber das ist ein anderer. Das eine, der nicht funktioniert. Man, bis zu dem M.A.W. hat alles funktioniert. Los, komm. Jetzt. Ach, halt so. Nein. Der steht da. Das bedeutet, dass ich jetzt nicht einfach in den Zug rein. Ich fahre nochmal hoch. Warte, willst du kurz raus, würde er reingehen. Ja, wenn es dieses Schwarzteil nochmal kommt. Ja, stimmt. Wenn du über die Türschwelle gehst. Scheiße, ich bin sie gerade. Ah. Trotz und Vorsicht. Ah, müsste sicher sein. Ja, krass. Hm, war die da schon? Ich freu mich jetzt nicht. Ich muss das mal weg. Willst du mal saven? Ich weiß nicht. Hast du die an, die Quest? Jetzt. Put on. Put on. Was ist das hier? Das ist der Kack hier. Ja. Ja. So, gucken wir mal hier den Navigator. Ich glaube, wir sind richtig. Ich save mal. Yes. Bis auf, schau, zwei Omnicard. Ne, da waren wir echt noch nicht. Ja, hier noch nicht. Das ist jetzt schon klar. Schon klar. Schon klar. Oh nein. Aber bauen wir in der Zone irgendwie was? Wir haben da eine Omnicard. Wir kommen so weiter. Ich weiß nicht. Ich darf mal weitergehen. Oh, ist mir egal. Jetzt hast du es aktiviert. Jetzt darfst du nicht rausgehen. Ich glaube, sonst zerstörst du das Event. Okay. Ich guck's auch nicht an oder so. Ist dir zu brutal, oder? Ein Hahnstuck. Schrei. Das ist doch ein epileptischer Anfall, ey. Kling, 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 kling. Hat er es jetzt? Du kannst doch, glaube ich, schon rein, oder? Ist ja nicht fertig. Wir sind. Ah, okay. Jetzt ist er fertig. Muss. So, shit. Wo steht er? So, wollen wir mal Schleifwärmung machen? Wie die Tür von alleine zugegangen ist, ey. Voll spooky. Und... Full-Pump. Ach, du Kacke. Oh, Mausback. Ist noch alles gut? Ich glaube, ja. Oh, ist wieder. Wir sind wieder auf der Spur zurück. Auf dem Glückspfad. Auf dem Glückspfad. Der muss gegeben. So, jetzt. Ich habe keine Ahnung. Rechts geht die Leute. Komm, bitte. Ja. Halt. Ey. Ja, der ist der Wittler. Hallo, der bricht da durch den Töten. Das wäre schon voll krass. Da würde ich auch so weitergehen. Der springt sich durch die Scheibe und ihn flug, bevor er bei uns ist, transformiert er sich dann noch in so einen richtigen Furchteinschlüssel und Telling in so einem fetten Gebiss, ne? Und dann sind wir so ein Monsterschrei. Halt jetzt, da weg. Ich kann den Zaun nicht mehr leiden. Was? Nein! Ja, aber die Türen sind immer in der selben Richtung. Er geht einfach einen Gang weiter. Das ist ja hier eine Finte. Das ist echt so. Fake ist das. Wer baut denn sowas in ein Gebäude ein? Gibt doch keinen Wind. Ach nee, ist der Teddy? Ist die Tür? Ja. Hallo. Schaut aus, wenn ich so schnell auf die andere Seite komme. Vielleicht geht ihr die Treppe. Ach nee, haben wir ja schon geschaut. Haben leider auch keine Hand, aber ist auch nicht so schlimm, Mausback. Minimal. Ja, das ist auch minimal. Das ist auch. Oh, Fitter. Ja, bleibt da draußen. Das brauchen wir nicht, weil die Fließe war mir voll schön da. Ja, halt echt. Kontrastreich auch so. Ja, die Treppen schafft er wirklich sonst einigermaßen. Ach du Scheiße. Hätte ich nicht sagen dürfen. Nicht den Devil on the wall mal. Ja, der Speichermann. Oh nein. Das war kein gutes Zeichen. Ich muss jetzt zweimal drücken. Links, was ist das nötig? Noch mal? Oh ja, einfach. Obwohl er nicht, Mann. Ah, okay. Brauchen wir da irgendwas? Ne, ich glaube nicht. Da taucht nur vielleicht 1-06 an. Ja, solange der nicht containen ist, dann können wir den hier drüben containen. Oder auch nicht. Also jetzt müssen wir da... Das flackert, Hilfe. Das ist schon ein bisschen paranormal. Und dann BUCK. Geil, Mann. Wir fallen alles in den Dicht. Wir sehen einen Zone. Saven. Von SCP... Sarg. Weiß schon. Ja, aber ich hab nichts gelesen in der Richtung. Also in die Cafeteria müssen wir. Alles so. In dieser Gangnung. Ach, nein. Wir haben die Reste einen Schuss überlebt, oder? Und einen Kühler haben wir auch noch. Gäste mit dem Witter in den Weg. Jetzt sind wir so... Oh, oh, oh. Hast du es gehört? Oh, das ist das Geräusch von dem hier in Walkie-Talkie. Das war Testergate disabled. Okay. Tester? Ja. Ist der hier im Raum? Nee, das ist am. Oh, oh. Hast du die Tür gehört? Die kommen von vorne. Ja, schuhe, Bro. Nee. Wir haben gesaved. Alter, der ist saun bisschen neu, Junge. Der ist schon seit 1.0. Echt? Ja. Ist der dringend, Mann? Du, 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 du. Nee, die Tür ist zu, die Tür ist zu, Mann. Wie viel? Können Sie die sehen, wenn man da hinten drin steht? Ja, wahrscheinlich schon. Die Spannung steigt. Ja. Oh, blinkt der? Oh, der ist gut. Also, der blinkt, der ist immer ein. Ja, der fängt erst an zu blicken, wenn wir den Raum betreten haben. Oh, der ist auch echt geil. Der ist gut. Okay, jetzt. Bleib offen. Nee, doch nicht. Der ist zu. Der ist zu. Geh mal da rein. Du könntest safen, wenn du willst. Oh ja, nee, Mann. Oder safe vorher. Die Karte brauchen wir nicht mal, voll lustig. So. Safe. Ja, vorm Computer. Das ist so. Du bist da. Aber war das nicht in der Atenversing so, dass man da noch so Regenbogenfarben gesehen hat? Ja, so ein bisschen. Ja, oder verschwommeln auch. Ja. Das ist ja absolut nicht mehr. Schade. Hätte eigentlich so was können. Aber jetzt ist nur die Melodie, ne? Vielleicht, äh. Das ist nicht Drogo verherrlichend. Geradeaus. Ist es die Café-Gitaria? Café-Gitaria? Ja. Ja, Mann. Safe? Nee, ich habe ja erst gesagt. That's some good ass shit. Café-Gitaria steht sogar jetzt da, Junge. Was ist das für ein P-Poster-P-P-Poster? Poster? Der-P-P-Poster. Da. Ist lila, P-P-P-P-P-P-E. Was? Erb! Wie war der? Export all potential anomalies. Okay. Hier ist es doch das S.E.P., oder? Hier ist es doch bestimmt. Es hat doch gerade mit uns geredet. Das war doch ein S.E.P. Es hat Byrp gemacht. nov. Ja. Derp. Bist du? Was sei bei... Ah, da ist ein Kaffee. Hm, jetzt? Muss ich mal Tomaten machen? Schau mal Rage ein. Das ist immer Top. Ja, wo ist es denn jetzt? Ich dachte, da ist ein SCP. Alle Wände. Hm? Ne, jetzt guck mal, da sollte sich doch was verändert haben auch. Do it. Oder was? Don't. Derp. Do it. Hä? Ah, da ist es. Ach du Scheiße. Mach das irgendwas? Ich hab gehört, es ist laut. Laut? Echt? Geh mal rein. Ich weiß nicht, ich kenn's nicht. Ja, wangst du es da ja gar nicht. Alter, der Kaffee! Ja, ist der Böse? Ach, keine Ahnung, Mann! Schau dir wie süß aus. Blobby-Wolli. Jetzt kommt er mit Highspeed angerollt. Ja, der andere ist auch da. Du musst mit so einem, äh, spielen, DCV-Rolli. Was ist denn denn empfiehig? Ja, was macht denn der? Ne Ahnung. Das kräuselustig. Alles nicht laut, oder wenn du hingehst vielleicht? Ich hab mir ein bisschen Angst. Das ist doch lustig, ne? Ja. Ich, ich weiß echt fast nix über das Teil. Jetzt soll ich mal hingehen? Ja. Jetzt hat er uns gegeben. Ist der jetzt ein Böse zart, oder was? Der stirbt mir dann. Alter. Alter, mach Türen auf. Hat er die aufgemacht? Hä? Irgendwas hat er die Tür auf? Oder hast du den jetzt wieder aufgemacht? Alter, für dramatisch irgendwie. Die Musik geht von dem aus. Ich glaub's. Ich denk's. Ich denk's. Rechts. Oh, fuck. Fuck. Komm, wir verschwinden. Battle. Oh. Mach zu, dass er nicht durchkommt. Aber komm, wir verschwinden. Ne, größer. Fight'n' die jetzt? Du bist der andere doch. Nicht rum. Oh Gott. Scheiße, wo? Ich glaub, wir haben sich echt gegenseit kaputt gemacht, ne? Ne. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sackgassen? Ne. Das kann ich mir erwarten, dass er kommt. Als er ins Link kommt. Oh, das ist gut. Schaffst du's? Ja. Ganz links kommt. Da hab ich da ein bisschen Platz zum Outweichen. Out? Jetzt. Jetzt. Juhu. Jetzt müssen wir wieder zurück zu dem Messener Vieh. Zu dem Blobby Wolli. Mit Augen. Jetzt macht's ja nichts mehr. Jetzt ist jetzt Angst. Du musst schon fliehen, ne? Aber wohin? Geht weiter geradeaus. Da kam jetzt noch diese Bridge und dann die Cafeteria. Geht immer geradeaus. Außer Liontel Fox kommt. Aber ich glaub's. Ja. Es ist weg. Ja. Swag. Ja. Na gut. Und was hat das jetzt gemacht? Da war mehr. Lustige Symphonien gespielt anscheinend. Ja. Ich fand's auch wohl dramatisch irgendwie. Mhhh. Kam dann immer. Mhhh. Mhhh. Geh da. Ja. Schade. Hätte ja sein können. Das Tor hat irgendwie komisch ausgeschaut. Ja, ich weiß. Ist okay. Ja, was ist das jetzt? Jetzt haben wir unsere Ziele erreicht, ne? Wir haben's gesehen, waren in der Cafeteria. Ich glaub, ne. Ich geh da nochmal durch. Wir müssen jetzt ein Ende suchen. Wir spielen schon 35 Minuten, Junge. Ich bin da noch nicht durchgegangen. Da ist er noch. Unser Freund. Sehr cool. Von mir ist sich fortbewegt. Ja. Vielleicht zeigt er uns, wo's lang geht. Ne, das ist aber falsch, du. Geiles Teil. Mach da mal, geh mal näher hin für den Thumbnail. Ja. 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 Ja, ja. Der verfolgt mich ja nicht. Der geht ja von mir weg. Das ist ein ängstliches SCP. Na gut. Nö. Schau mal. Schau mal. Mal diese Sackgassen. Oh. Scary. Der Mausbug wollte, dass ich rausgehe. Ja. Ja. Oh. Was war da nochmal? Ne. Forest. Wir haben kein Key. Fuck. Oh. Versuchen wir die Omnicard. Geh doch überall. Oh, ist er da drin, der Bär? Ja. Ne. Kommen wir da rein? Mit irgendeinem Code bestimmt, oder? Können wir den, äh, bypassen? Ui. 360. Achso. Ja gut. Gehen wir wieder raus. So, welcher Weg bleibt jetzt übrig? Ja da. Shit. Hab's getrampelt. Ach shit, das heißt ja, dass wir da unten lang müssen. Safe? Ja. Wir sind zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben, ja. Wo ist er denn? Ja. Es hört sich an, wie wenn du diesen, äh, äh, Magnetisen aufmachst, weiß ich schon. Stimmt. Oh. Ein Büro. Deine Ente? Wo ist die Ente? Die fehlt uns noch, für diesen Durchgang. Da ist sie. Ja. Ich bin sie, ich bin sie. So, zieh sie weg. Und? 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 Ha! Sie bleibt sogar. Das ist halt ja abwechselnd da und dann da oben, ne? Ja. Permanent Duck. Das ist nicht die echte. Gate B, Junge! Kann man nicht. Wieso nicht? Ach ja klar, hm. Leute, wo ist der Computer? Ist ja überhaupt in der Zone? Das ist glaub ich ganz am Anfang. Ja. Dann müssen wir Gate A finden. Oder? Ja. Haben wir auch schon ewig nimmer gesehen. Das stimmt. Und in dem Update sowieso nicht. Mann, was ist denn da los? Ja, ich kann nicht so gut dreckig steigen. Was ist denn los mit dir? Entschuldigung. Nix, da geht's nicht. Lass mich den jetzt mal ein bisschen an und gucken, wo der nächste offene Weg ist. Okay. Ist glaub ich am beschicktesten. Woah. Hey, du läufst jetzt den ganzen Weg zurück? Du bist da vorne rechts. Wieso gab's da ne Kreuzung oder wie? Ja, da ist noch ein Hoffnung weg, oder? Und wenn du das meinst. Schaut laut. So aus. Wenn der Nav das sagt. Auch im Navigator. Ach, das ist das da. Ach so, da gab's nochmal so'n Raum. Ja, okay. Dann müssen wir da rum, da. Könnte safe sein. Du kannst ja mal twinkern. Ne, wie sag mal? Twinkle? Ne. Ja, genau. Twinkle? Blink! Was ist Twinkle? Keine Ahnung. Lang auf. Komm ich mal da hin, ne? Oder wie ist es da offen? Ne, da waren wir noch nicht. Ah, das ist mir jetzt auch klar. Echt? Oh, war da nicht gerade eben noch ne Tür? Ja, okay, ich hab mich schon gewohnt. Normalerweise ist es da offen. Man hat ja nur, da kommt er nicht. Ne, ne. Ich würde nicht so lang kommen. Irgendwie macht's nämlich du 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 du. Oder wie ist es so hoch successiv wird zu? Wauwesch? Nein, man kann Lande, keine Willy. Blument! Ich glaube es kommt boklicher cybersecurity, gleich war ja ne. Ja, geht alles auf. Es kann wie ich ein Zürger der verstecken, um es ver viens zu sein und du dich sagst ja Grüße. es ist alle gebrauchten vollkommen die dort sind es ist ja das will einen noch formen jungen sehr die uns auch noch ein muss doch jetzt bei beiden in der schule finden meine kommt es kann doch nicht sein eigentlich egal gefahr noch nicht wir müssen wieder nur überschreiten wie sagst du zu spämen oder mal da kommt mehr weiter wir kommen auch nicht mehr raus hier aber du kannst er laden aber wir spielen schon fast nicht zu den spüren noch mal spielen und dann zurück zu Stimme, komm ich echt nicht raus. Soll ich saven? Nein, nein. Ich spiele leider noch weiter. Und wir suchen dann den ganzen Weg zurück. Ja, das ist ja vieles geht sehen. Na gut. Was soll man da noch sagen? Habt ihr mal wieder eine schön lange Episode? Es gibt eine Fortsetzung. Auf jeden Fall. Das war richtig gut heute. Ja, das Ding ist ums Knall gefunden. Endlich. Am Anfang lief es echt wunderbar. Die perfekte Episode, das nennen wir auch so. Bis zu einem gewissen Punkt. Ja, die meisten schalten eh nach einem Drittel oder so ab. Gut, dann geht es dann nächste Woche weiter. Geht auf. Bleibt geschmatig. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Des Liked es, wenn es euch nicht gefallen hat, aber die Episode guckt es echt gut. Jetzt müsst ihr schon liken. Ja, ja. Würde uns auch voll freuen. Würde ich sogar selber liken. Abonniert da unten, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Es wird nicht jede Episode so lang. Heute muss es mal sein. Die nächste Woche würde er nur 10 Minuten gestanden. Obwohl du hast eigentlich leichtes Spiel dann, weil SAP 173 sagt er nicht mehr so oft auch. Aber der Nine-Tail-Fox könnte jetzt... Potenziell. Aber der läuft ja von Gate A bis zum Anfang, glaube ich. Ja, so ein Drottel, der läuft jetzt zum Anfang und wir sind schon... Dann hätte er ja schon längst an uns vorbeisein. Der ist wahrscheinlich irgendwo parallel an uns vorbeigelaufen. Ja. Ja. Bestimmt. Also wir sind schon wieder hier so über der Zeit. Ja, komm, jetzt mach mal Schluss. Quid. Machen wir einen Cut und wir haben alles gesagt. Ihr wisst Bescheid und bis zum nächsten Mal. Tschüss.